quali für das turnier eingereicht ob das mein sieg ist ja das reicht dem sieg komme ich ganz leicht alle scheiße noch nicht mal gehört aber ich weiß es der einzige gegner bin selbst falls ich vergesse zu schreiben meinen tags wird höchstens vorkommen ich die anderen gehört habe und gemerkt habe dass ich schlichte rappen als jemand aus einer werkstatt stelle mein pc auf leise klicke auf das video und kommentiere es mit scheiße dislike aus prinzip schreibe meinen track ich starte den beef und du schreibst über crack wie die ganz fake rapper hier in deutschland durch sich wird der heuchler stopfe eure mäuler mit einem hipster bendenz beschreibt hier als hannah montana banjos king mit dem heftigen namen ich kenne keine bahn bin dann mal in der nächsten runde und